Der Doxboros Fischig wurde geschrien, als deine Leute sofort die Untersuchung forderten. Die Untersuchung? Okay, sie findet sich für die Stadt. Die Leute vom Kaffioltrass sagen nur, die Anleihe sei direkt an Schiedsrederei gegeben und die Kontrakte mit den Baufirmen waren von Schiedsrederei zu treten. Schiedsrederei? Am besten wär's, wenn du schicktest selbst einen Mann mit gutem Ruf, der dein Vertrauen hat, um Unparteiisch ist, hineinzuleuchten in diesen dunklen Rattenkönig? Frieden und Glocken, was man wünschen kann. Keine Kajanlagen! Frieden und Glocken